Hallo, ich hatte schon einige Male Videos über Notizbücherkalender gemacht. Diesmal geht es wieder um die Bücher von Paperblanks. Ich habe einige neue Bücher bekommen, die wir uns gleich mal aus der Nähe angucken wollen. Hier wirklich die schönen Muster. Einige sind Notizbücher, andere Kalender. Ich benutze, ob es ein Kalender ist oder ein Notizbuch, ich benutze alle als Notizbücher. Da stört es nicht, wenn da die Kalenderangaben drin sind. Okay, wir gucken uns das gleich aus der Nähe an. Hier die verschiedenen Einbände. Diese hatten wir schon gesehen. Aber dieses ist neu mit Magnetverschluss. Betrachten, das Muster aus der Nähe. Dann haben wir hier ein anderes Modell, was ich glaube ich noch nicht vorgestellt habe. Dann haben wir hier noch eine Ausgabe, die ich noch nicht vorgestellt habe. Und hier der Verschluss mit einem anderen Gummiband. Hier eine weitere Ausgabe. Wiederum mit Magnetverschluss. Ansonsten habe ich die etliche Videos gemacht, in denen ich die Papierqualität und so weiter vorstelle. Hier nochmal die verschiedenen Einbandtypen. Körperschläge, DAS-Muster, DAS-Muster. Aber das ist eine gute Ausgabe. Vielen Dank.